Manchmal beginnen Revolutionen ganz leise. Und erst ein Blick ins Innere offenbart die zukunftsweisende Antriebstechnik. Speziell für den EQC entwickelt, den ersten Mercedes-Benz, der Produkturteil. Beide elektrischen Antriebssysteme sind technisch eng verwandt. Zur Verringerung des Stromverbrauchs und Erhöhung der Dynamik sind sie aber unterschiedlich ausgelegt. Die vordere E-Maschine ist für den schwachen bis mittleren Lastbereich auf bestmögliche Effizienz ausgerichtet. Die hintere bestimmt die Dynamik. Im Schub- und Bremsbetrieb wird die mechanische Drehbewegung in elektrische Energie gewandelt und zum Laden der Hochvoltbatterie verwendet. Durch das sogenannte Torque Shifting wird eine volldynamische Drehmomentverteilung zwischen Vorder- und Hinterachse ermöglicht, um permanent die optimale Balance zwischen Leistung und Effizienz sicher zu stellen. Damit besitzt der EQC die souveränen Fahreigenschaften eines Allradantriebs. Vorausschauend fahren und sparen. Beim Umsetzen dieser wirksamen Effizienzstrategie unterstützt das Assistenzsystem EcoAssistent den Fahrer umfassend. Durch Hinweise, wann er den Fuß vom Fahrpedal nehmen kann. Und durch Funktionen wie Segeln und gezielte Steuerung der Rekuperation. Dafür werden Navigationsdaten, Verkehrszeichenerkennung und Informationen der intelligenten Sicherheitsassistenten vernetzt genutzt. Die Batterie ist im Fahrzeugboden zwischen der Vorder- und Hinterachse angeordnet. Das gesamte Batteriesystem ist mit einer Flüssigkeitskühlung ausgestattet. Bei niedrigen Temperaturen sorgt eine Batterieheizung für bestmögliche Performance und Effizienz. Die leistungsstarke Hochvoltbatterie ermöglicht je nach Zyklus eine Reichweite von über 400 Kilometern. Der EQC verfügt serienmäßig über einen wassergekühlten Onboard-Lader und ist damit für das Wechselstromladen zu Hause und an öffentlichen Ladestationen vorbereitet. Viel schneller erfolgt das an einer Mercedes-Benz Wallbox. Und noch schneller geht es via Combined Charging System, welches das Gleichstromschnellladen ermöglicht. Das Zusammenspiel von Performance und Dynamik in Kombination mit einem hohen Maß an Effizienz und Komfort standen ganz besonders im Fokus der Entwickler. Maßgeschneidert für den EQC, den Mercedes unter den Elektrofahrzeugen.